Über den Kurs der Europäischen Zentralbank in der Euro-Schuldenkrise wird seit längerem heftig gestritten. Vor allem die Ankündigung von EZB-Chef Draghi, notfalls auch unbegrenzt Anleihen von Krisenstaaten zu kaufen, die sorgte für Kritik. Heute bekam Draghi für seine Politik Rückendeckung vom EuGH. Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof erklärte, das entsprechende Programm der Notenbank sei grundsätzlich mit den europäischen Verträgen vereinbar. Das endgültige Urteil des EuGH dazu wird nicht vor dem Frühjahr erwartet. In Karlsruhe, in unserer Rechtsredaktion, ist Gigi Deppe zugeschaltet. Frau Deppe, sind denn jetzt im Kauf von Staatsanleihen durch die EZB Tür und Tor geöffnet? Also das kann man eindeutig sagen nein. Es ist nicht so, dass jetzt alles möglich ist. Man spürt deutlich bei der Lektüre der knapp 80-seitigen Begründung, dass der Generalanwalt durchaus einige Bauchschmerzen hat. Er prüft ja zunächst, ist das eigentlich Wirtschaftspolitik? Ist die EZB also eigentlich eine heimliche Wirtschaftsregierung? Da sagt er, naja, also ist es ja schon so, dass sie auch beim ESM noch sehr viel zu sagen hat. Das heißt, sie würde im Ernstfall nicht nur Staatsanleihen aufkaufen, sondern auch noch die einzelnen Länder, die dann unter den Schutzschirm ESM gehen müssen. Sie würde die dann sehr genau überwachen. Das ist schon kritisch. Aber unterm Strich, weil ja auch von diesem Programm noch nichts umgesetzt ist, sei dieses Programm zulässig. Liegt denn das, was der Generalanwalt jetzt empfiehlt, in etwa auf der Linie des Bundesverfassungsgerichts? Nein, also er setzt sich sehr intensiv mit dem deutschen Verfassungsgericht auseinander. Das ist deutlich spürbar. Die Luxemburger Juristen fühlen sich vom Verfassungsgericht bedrängt, wenn das Verfassungsgericht sagt, egal was ihr sagt, wir werden am Schluss immer noch sehen, ob das Ganze mit unserem Grundgesetz vereinbar ist. Aber um es kurz zu fassen, in einzelnen Punkten gibt er dem Verfassungsgericht zwar recht, unterm Strich sieht er aber alles nicht so kritisch, denn er sagt, es ist verhältnismäßig, die Maßnahmen sind geeignet, um dem Ziel, nämlich der Währungspolitik nachzukommen.